Und so haben wir es dann geschafft, über 2.000 Euro innerhalb von 24 Stunden ohne Gewerbe zu verdienen. Herzlich willkommen zu diesem Video und heute gibt es mal den absolut leichtesten Weg zum Online-Geldverdienen für 2024, 2025 und darüber hinaus. Das Beste ist, man kann mit dieser Methode seriös nebenbei Geld verdienen, ohne ein Gewerbe anmelden zu müssen, also ohne sich selbstständig zu machen oder ein Unternehmen zu gründen. Das heißt, schaut euch dieses Video jetzt konzentriert bis zum Ende an, es wird sich extrem lohnen, das kann ich garantieren. Am Anfang natürlich die ganz wichtige Frage, warum muss man denn für diese Methode kein Gewerbe anmelden? Und zwar, das hat einen ganz einfachen Grund, denn bei dieser Methode verdient man eben als Privatperson Geld und nicht gewerblich. Das könnt ihr euch so vorstellen, wenn ihr zum Beispiel über die Bank in Fonds, Aktien oder sonstige Finanzprodukte investiert, ist das ja auch privat und nicht gewerblich. Und nichts anderes ist es eben bei unserer heutigen Methode, dort kann man das Ganze eben auch als Privatperson machen und muss eben deswegen kein Gewerbe anmelden, was natürlich ein riesengroßer Vorteil ist für alle Leute, die das Ganze nebenbei machen wollen. Also lehn dich jetzt entspannt zurück und schau dieses Video unbedingt bis zum Ende an, leg jetzt alles andere beiseite und konzentrier dich wirklich, weil ich werde alles Schritt für Schritt zum Nachmachen erklären und alle wichtigen Fragen ganz genau beantworten. Gib jetzt schon mal gerne einen Daumen hoch, wenn du in Zukunft mehr von solchen kostenlosen Videos zum Thema Online Geld verdienen haben möchtest. Mein Name ist Leon Kramer und hier auf diesem Kanal gibt es immer die neuesten und besten Methoden in den Bereichen Online Geld verdienen und passives Einkommen aufbauen. Wenn dich diese Themen interessieren und du es auch schaffen willst, langfristig und seriös Geld im Internet zu verdienen, dann kannst du gerne den Kanal komplett kostenlos abonnieren und die Glocke aktivieren, da bist du mal auf den neuesten Stand und verpasst keine weiteren Videos mehr, die dir in Zukunft helfen werden, neue Einnahmequellen aufzubauen. Und heute schauen wir uns eben die aktuell beste und einfachste Methode zum Online Geld verdienen an, mit der jeder sofort ein passives Einkommen generieren kann. Zuallererst möchte ich nochmal auf einen Kommentar eingehen, den ich gestern bekommen habe und zwar von Waltraud. Sie hat etwas sehr Interessantes geschrieben und zwar, wenn das alles so stimmt, dann müsstest du doch viel Geld haben und bräuchtest du keine Videos mehr machen. Das irritiert mich etwas. Warum machst du trotzdem noch Videos? Ist nicht böse gemeint. Ich möchte es nur verstehen. Und das ist wirklich eine sehr, sehr gute Frage und die habe ich tatsächlich schon öfter bekommen. Ja Leon, wenn du dich so gut mit dem Thema Online Geld verdienen auskennst, warum machst du dann noch Videos und zeigst auch die Methoden? Und da habe ich gestern auch direkt eine Antwort zu verfassen und zwar möchte ich die kurz hier zeigen. Und zwar, ohne angeben zu wollen, ich bin bereits Millionär mit 25 Jahren durchs Thema Online Geld verdienen. Mir macht es Spaß, YouTube Videos zu erstellen und ich helfe dabei Menschen und verdiene damit auch noch Geld. Und ja, deswegen finde ich es einfach super, dass es eben meine Antwort gewesen hat. Hat auch 10 Daumen hoch bekommen. Vielen Dank dafür. Und ja, so ist es im Endeffekt auch. Das heißt, durch diese Videos, das sage ich natürlich auch immer wieder, verdiene ich natürlich auch Geld. Aber ich helfe eben auch Menschen, dass sie eben Geld verdienen können. Und es muss ja auch nicht jeder Online Geld verdienen. Ist ja überhaupt kein Problem. Okay, wir brauchen auch Leute, die quasi die normalen Jobs machen, die auch am Band stehen und so weiter, die auch Getränke ausliefern, die auch Essen ausliefern. Habe ich früher auch alles gemacht. Nur, wenn man eben auch andere Methoden mal kennenlernen will und auch mal Online Geld verdienen möchte und vielleicht nicht unbedingt bis 60 oder vielleicht sogar bald 70 arbeiten möchte in klassischen Job, dann sollte man auch mal das Thema Online Geld verdienen ausprobieren. Und heute gibt es eben eine ganz interessante Methode dazu. Und ja, schaut euch dieses Video einfach in Ruhe mal an und entscheidet dann selbst, ob ihr Online Geld verdienen wollt, ja oder nein. Und jetzt würde ich mal sagen, geht es auch direkt schon los. Und zwar hatte ich gerade wieder einen Community Beitrag für euch vorbereitet. Und zwar hier unter dem Tab Community findet ihr immer die aktuellsten Beiträge. Und zwar hier vor einer Stunde habe ich das hier gepostet. Hier waren wir tatsächlich wieder bei über 2000 Euro Gewinn für die Kopierer mit unserer aktuellen Strategie. Und ja, das war noch nicht alles. Und zwar, wie gesagt, dieser Beitrag ist schon eine Stunde alt. Und mittlerweile stehen wir sogar nicht nur bei 2200, sondern mittlerweile bei 2300 Euro an Einnahmen, also an Gewinn für die Kopierer. Und das Ganze eben hier an einem einzigen Tag. Das sehen wir hier eben an einem Tag über 2300 Euro bzw. Dollar, also knapp 2300 Euro Gewinn für die Kopierer. Und wie wir das Ganze eben jetzt geschafft haben und wie ihr das nachmachen könnt, das schauen wir uns in diesem Video nochmal detailliert an. Und zwar gehen wir heute nochmal detailliert auf die sogenannte Autocopy-Methode ein. Das heißt, das Ganze funktioniert folgendermaßen. Ich habe hier einen Account und den könnt ihr einfach mit einem einzigen Klick kopieren, indem ihr auf Autocopy klickt. Und dann werden die Ergebnisse direkt auf euer Konto kopiert. Das heißt, wenn ich zum Beispiel 2000 Euro Gewinn erziele, erzielt ihr auch automatisch diese 2000 Euro an Gewinn. Und heute haben wir eben für alle Kopierer hier insgesamt 2300 Euro an Gewinn erzielt. Das ist natürlich absolut genial. Und ja, das Ganze werde ich in diesem Video natürlich auch nochmal beweisen. Und ich werde zeigen, wie ihr hiermit starten könnt. Zuallererst der wichtige Hinweis, ihr könnt euch hier mit dem Link in der Videobeschreibung auf dieser Seite kostenlos anmelden. Und hier könnt ihr auch die Autocopy-Methode dann mal selbst testen. Das heißt, hier könnt ihr einen kostenlosen Account erstellen, indem ihr hier auf Starte klickt oder auf Erste Schritte. Und dann öffnet sich diese Seite. Hier müsst ihr eure E-Mail und euer Passwort festlegen. Und dann könnt ihr hier kostenlos starten, euch einen kostenlosen Account erstellen. Wichtig, wenn ihr dann hier richtig dabei sein wollt, müsst ihr einen kleinen Einstellungstest bestehen und die Fragen auch wirklich richtig beantworten. Und dazu gibt es am Ende dieses Videos nochmal alle Antworten. Das heißt, bleibt unbedingt bis zum Ende dran. Und wenn ihr dann euch anmeldet, schaut euch die letzten knapp 20 Minuten dieses Videos dann nochmal an. Weil dort gehe ich wirklich alle Fragen detailliert mit euch durch, dass ihr es unbedingt schafft, euch anzumelden. Weil dazu hatte ich auch eine sehr, sehr interessante Nachricht bekommen, beziehungsweise eher natürlich negative Nachricht. Und zwar diese hier. Hier hatten wir das Ganze. Hallo Leon, mein Account wurde nicht als Autocopy-fähig identifiziert. Was kann man dagegen machen? Das liegt eben daran, wenn man es nicht schafft, diesen Test am Ende richtig zu bestehen. Und ja, dazu werde ich euch, wie gesagt, am Ende des Videos nochmal alle Antworten liefern, wie ihr diesen Test besteht. Deswegen bleibt ihr unbedingt bis zum Ende dran. Ich weiß, es ist ein langes Video, aber es wird sich lohnen. Das kann ich euch garantieren. Ja, und wie läuft es dann eben ab? Wenn ihr dann eben den Test bestanden habt, dann gibt es hier drei einfache Schritte. Und zwar in Schritt 1 müsst ihr mich einmal auswählen. Dann müsst ihr den Prozentsatz oder den Betrag festlegen und dann könnt ihr auch schon auf Kopieren klicken und eben direkt starten. Und jetzt würde ich mal sagen, gehen wir auch direkt in die Materie rein. Und zwar, wenn ihr euch dann hier kostenlos angemeldet habt mit dem Link in der Videobeschreibung und den Test eben bestanden habt, dann öffnet ihr euer Profil einfach und dann sieht das Ganze so aus. Hier seht ihr dann schon mein Profil. Das heißt, ihr müsst dann hier oben links bei der Suche einfach Leon Kramer eingeben. Mein Name aber zusammengeschrieben ohne Leerzeichen. Da kriege ich auch viele Fragen dazu. Leon Kramer zusammengeschrieben. Dann öffnen sich zwei Accounts. Der Leon Kramer Hauptaccount und der Leon Kramer DAX Account. Das ist unser neuer zweiter Account. Und ich werde jetzt mal mit anhand des Beispiels des Leon Kramer Hauptaccounts starten. Und zwar, das Ganze sieht dann so aus. Hier könnt ihr dann einfach raufgehen und hier seht ihr dann mein Profil. Hier seht ihr die aktuellen Ergebnisse. Und hier könnt ihr dann einfach auf Autokopieren klicken. Das heißt, hier, wenn ihr mein Profil ausgewählt habt, klickt ihr hier auf Autokopieren drauf. Und dann könnt ihr hier eben den Prozentanteil festlegen. Und das ist jetzt die erste wichtige Sache. Und zwar beim Leon Kramer Hauptaccount kann man aktuell nur mit 100% kopieren. Das heißt, hier müsst ihr 100% einstellen und hier auf Autokopieren starten klicken. Und jetzt gibt es nochmal direkt eine super interessante Info. Und zwar alle Leute, die hier mir ein Beweisbild schicken, ob per E-Mail oder per Instagram, ist es egal. Habe ich beides in der Videobeschreibung verlinkt. Alle Leute, die hier auf Autokopieren geklickt haben und mich aktiv kopieren, die bekommen ein Geschenk im Wert von über 100 Euro einfach mal gratis dazu. Schickt mir dazu einfach ein Screenshot oder ein Beweisbild davon, dass ihr hier Kopierer seid. Egal, ob ihr jetzt beim Leon Kramer Hauptaccount oder beim Leon Kramer DAX Account kopiert, schickt mir einfach ein Beweisbild zu, dass ihr Kopierer seid. Und dann bekommt ihr ein gratis Geschenk im Wert von über 100 Euro von mir zugeschickt. Und ja, das Ganze läuft dann folgendermaßen ab. Wenn ich dann hier Gewinne erziele, werden die Gewinne automatisch auf euer Konto kopiert. Und jetzt gibt es am Anfang nochmal die wichtigsten Infos hier. Und zwar das Wichtigste aktuell ist bei mir hier der Risikoscore. Das heißt, der Risikoscore gibt an, wie hoch das Risiko ist. Das heißt, hier der Score wird für jeden Nutzer von 1 bis 10 berechnet. Wobei 1 das niedrigste Risiko und 10 das höchstmögliche Risiko ist. Und wir sind tatsächlich hier bei einer 2. Es gibt tatsächlich keine einzige Person hier in den Top 10, die hier einen Risikoscore von 1 hat. Das heißt, wir sind hier mit 2 schon das geringste, sind der Trader mit dem geringsten Risikoscore hier in der kompletten Top 10 Liste. Das ist natürlich absolut super. Wir haben auch hier schon über 540 Leute aktiv dabei. Und jetzt noch eine sehr interessante Info und zwar, wir haben hier aktuell eine Trefferquote von 96%. Das heißt, hier sehen wir nochmal, die Gewinnquote ist ein Prozentsatz, die mit einem Gewinn der Trades, die mit Gewinn abgeschlossen worden ist. Also hier insgesamt von den geschlossenen Trades, also von den Gewinnen, von den gesamten Handlungen hier quasi, haben wir zu 96% Gewinn. Und das ist natürlich absolut super. Hier steht es auch nochmal, offiziell Leon Kramer Naga Account, niedrigster Risikoscore. Und ja, hier könnt ihr einfach auf Kopieren starten und das Ganze eben loslegen. Und mit dem Ganze eben loslegen. Und dann geht es nochmal weiter und zwar, ich habe natürlich auch noch einen zweiten Account und zwar diesen hier. Das ist der Leon Kramer DAX Account. Der sieht so aus, quasi genau gleichgeschrieben wie Leon Kramer, nur mit dem DAX hinten dran. Und hier ist es eben was Besonderes und zwar hier wird nur mit dem DAX, also mit dem deutschen Aktienindex gehandelt. Also für alle Leute, die hier sich auch für den deutschen Aktienmarkt interessieren, ist das Ganze hier auch interessant. Das heißt, hier könnt ihr auch kopieren. Und hier gibt es jetzt noch eine Besonderheit und zwar hier beim Leon Kramer DAX Account könnt ihr auch schon ab 50% kopieren. Das heißt, hier könnt ihr den Prozentanteil bei 50% belassen und das Autokopieren starten. Allerdings habe ich dazu auch einige Nachrichten bekommen, dass Leute eben beim Leon Kramer DAX Account sich noch höhere Gewinne gewünscht haben. Weil wenn man zum Beispiel nur mit 50% kopiert und ich beim Leon Kramer DAX Account beispielsweise 1000 Euro Gewinn mache, dann würdet ihr in Anführungszeichen nur 500 Euro Gewinn machen, weil ihr eben mit 50% kopiert und nicht mit 100%. Was kann man dagegen machen, dass man mehr Gewinne haben? Wie kann man es schaffen, dass man mehr Gewinne hat? Dazu dann einfach nicht mit 50% kopieren, sondern mit 100%. Das heißt, hier dann 100% auswählen und das Autokopieren starten. Man kann natürlich auch noch mit 150% zum Beispiel kopieren, dann hätte man noch höhere Gewinne. Dann braucht man allerdings natürlich beim Leon Kramer Hauptaccount und beim Leon Kramer DAX Account natürlich nochmal mehr Kapital. Ja, und auch beim Leon Kramer DAX Account ist es genau gleich wie beim Leon Kramer Hauptaccount. Wenn ihr hier Kopierer seid, das heißt hier das Autokopieren gestartet habt und mir dann ein Beweisbild entweder per Instagram oder per E-Mail schickt, beides in der Videobeschreibung, dann bekommt ihr auch hier ein kostenloses Geschenk im Wert von über 100 Euro einfach mal gratis zugeschickt von mir persönlich. Und ja, das ist eine super Sache. Auch hier sind wir mittlerweile bei über 180 Leuten, die hier kopiert haben. Und hier haben wir sogar eine Trefferquote von 96,68% und ein Risikoscore von 2. Also auch hier das niedrigste Risiko von allen Top 10 Tradern. Ja, und dann geht es jetzt nochmal weiter und zwar natürlich mit sowas wie hier dem Margin Level, weil das war wirklich eine Frage, die ich auch sehr oft bekommen habe. Da möchte ich gleich nochmal ganz kurz drauf eingehen. Und zwar hier hatte ich dazu nochmal eine sehr, sehr interessante Frage bekommen und zwar Moin, das mit dem Margin Level ist meiner Meinung nach noch nicht exakt erklärt. Kannst du da bitte noch einmal tiefer drauf eingehen? Ich möchte zum Beispiel mit 3.000 Euro einsteigen. Vielen Dank oder beziehungsweise danke dir. Und das werde ich natürlich jetzt auch gerne machen. Und zwar hier gibt es bei der Plattform das sogenannte Margin Level. Und das ist auch das Einzige, auf das man eben selbst als Kopierer achten muss. Nochmal zum Verständnis, wenn ihr mich hier kopiert habt, übernehme ich alles. Ihr müsst dann nichts mehr drücken. Ihr müsst nichts mehr machen, sondern ich übernehme dann quasi das Handeln. Aber was eben wichtig ist, ihr müsst eben selbst auf das sogenannte Margin Level achten. Das heißt, ihr solltet darauf achten, dass das Margin Level immer bei über 150 Prozent liegt. Hier steht es auch, wenn das Margin Level über 150 Prozent liegt, ist alles in Ordnung. Wenn das Margin Level allerdings unter 150 Prozent fällt, dann ist es eben schon im eher kritischen Bereich. Dann bekommt man auch eine E-Mail oder eine App-Benachrichtigung, je nachdem, ob man das Ganze am Handy oder auch am PC macht. Das kann man eben über beide Wege machen. Und ja, unter 50 Prozent sollte es auf keinen Fall fallen, weil dann werden Positionen automatisch geschlossen. Das heißt, hier sollte man immer darauf achten, dass das Margin Level bei über 150 Prozent liegt. Und wenn man dann zum Beispiel ein Margin Level unter 150 Prozent hat, sollte man sein Kapital nochmal erhöhen. Das heißt, nochmal einzahlen, damit man eben wieder über 150 Prozent liegt und wirklich alle Trades und alle Handlungen eben kopieren kann. Das läuft eben folgendermaßen ab und zwar, ich gebe jetzt mal ein ganz einfaches Beispiel. Ich investiere beispielsweise hier jetzt ein ganz stumpfes Beispiel, 1000 Euro und habe dann eben dadurch dann meine Gewinne. Wenn ihr allerdings jetzt nur zum Beispiel 800 Euro habt, dann könnt ihr ja die letzten 200 Euro gar nicht mitkopieren, mit denen ich auch handele. Und dann habt ihr eben nicht die gleichen Ergebnisse, die ich habe. Deswegen solltet ihr immer darauf achten, dass eben euer Margin Level immer bei über 150 Prozent liegt. Und dann ist auch im Prinzip alles in Ordnung. Und das ist eben die wichtigste Sache, auf die ihr achten müsst. Ja, jetzt kommen wir natürlich nochmal hier zu dem Kapital. Und hier unten steht es auch schon, hier, ich trade bei 50 Prozent Kopien mit 500 bis 2500 Euro. Das heißt, wenn ihr hier mich eben zum Beispiel beim Leon Kramer DAX Account kopieren wollt mit 50 Prozent, dann bräuchtet ihr hier mindestens 500 bis 2500 Euro. Besser noch 1000 Euro, weil dann habt ihr wirklich nochmal höheren Spielraum und höheres Margin Level natürlich auch. Und beim Leon Kramer Hauptaccount fällt es sich folgendermaßen. Und zwar hier könnt ihr ab 1000 Euro starten. Das heißt, wenn ihr hier mit 100 Prozent kopieren wollt, könnt ihr hier mit 1000 bis 5000 Euro Kapital starten. Natürlich auch mit mehr. Und ja, wichtig ist natürlich, je mehr Kapital ihr habt, desto mehr Trades könnt ihr auch kopieren. Und desto sicherer seid ihr auch und desto höher ist auch euer Margin Level. Das heißt, im Zweifelsfall sollte man eher ein bisschen mehr Kapital mitbringen als zu wenig. Nicht, weil, wie gesagt, wenn man zu wenig Kapital hat, dann kann es sehr schnell passieren, dass das Margin Level unter 150 Prozent fällt. Und das wäre natürlich nicht gut. Und deswegen sollte man immer darauf achten, dass man genug Kapital hat. Wenn das Margin Level fällt, sollte man sein Kapital nochmal erhöhen. Und dann kann man auch alle Trades kopieren und dann eben auch diese Ergebnisse erzielen. Und aktuell hatten wir ja wieder einen sehr, sehr guten Tag. Hier zum Beispiel über 2000 Euro an einem einzigen Tag heute erzielt. An Gewinn für die Kopierer. Also eine wirklich super Sache. Ja, wenn ihr dann euer Geld auszahlen lassen wollt, geht ihr einfach auf die linke Seite und klickt hier auf Ein- und Auszahlung drauf. Und dann könnt ihr hier einfach euer Geld auszahlen, zum Beispiel per Kreditkarte, Bankkonto, E-Wallet oder Paypal. Das heißt, hier einfach auswählen den Betrag, zum Beispiel 2000 Euro oder 1000 Euro. Hier sehen wir das Ganze. Hier wird dann zum Beispiel 1000 Euro ausgezahlt. Und dann habt ihr das Geld auch innerhalb von 24 Stunden auf eurem Konto. Also eine absolut geniale Sache. Und die Auszahlung funktioniert wirklich einwandfrei. Ich hatte damit noch nie Probleme. Ja, eine mega Sache. Teste das Ganze auf jeden Fall aus. Und schreibt natürlich auch wieder eure Fragen in die Kommentare. Die werden dann beim nächsten Mal wieder beantwortet. Und jetzt werde ich natürlich wie versprochen nochmal alle Fragen mit euch zusammen durchgehen. Das heißt, den Einstellungstest mit euch zusammen eben erfolgreich bestehen. Das heißt, hier klickt ihr auf den Link in der Videobeschreibung. Dann meldet ihr euch hier kostenlos an. Auf erste Schritte. Dann öffnet sich diese Seite. Hier müsst ihr eure Daten eintragen. Und dann öffnet sich schon die nächste Seite. Und der Einstellungstest, wie ihr den besteht, das schauen wir uns jetzt gemeinsam an. Also bleibt jetzt bis zum Ende dran. So, und jetzt haben wir hier schon ein kostenloses Demokonto eröffnet. Und was hier jetzt oben direkt auffällt, wir haben jetzt hier auch direkt 10.000 Euro virtuelles Testguthaben. Das finde ich auch absolut super. Das heißt, man kann das Ganze hier erstmal mit kostenlosen Testguthaben ohne echtes Geld testen. Und ja, dann, wenn wir jetzt hier wirklich loslegen wollen und auch zum Beispiel eben das Kopieren starten wollen, dann kann man hier eben den Account verifizieren, ein Echtgeldkonto eröffnen und dann eben auch direkt schon starten. Das Ganze werden wir jetzt einmal Schritt für Schritt machen. Und zwar, wir können jetzt hier einmal raufklicken auf die Verifizierung. Das heißt, hier können wir jetzt ein Echtgeldkonto eröffnen. Das heißt, hier müssen wir jetzt einmal diesen Test eben bestehen. Und wie das geht, zeige ich euch jetzt ganz genau Schritt für Schritt. Deswegen passt jetzt unbedingt ganz genau auf. Ich wünsche euch viel Spaß und natürlich auch viel Erfolg. Das heißt, wir werden jetzt hier zusammen die Verifizierung beginnen. Und wie gesagt, ich betone es nochmal, die Fragen müssen wirklich alle richtig beantwortet werden. Sonst könnt ihr eben nicht mit dem Copy Trading starten. Das heißt, wenn ihr euch irgendwo unsicher seid, recherchiert kurz. Schaut euch dieses Video an oder googelt kurz, falls sich die Fragen doch nochmal ändern sollten. Und dann könnt ihr eben die Fragen auch alle zu 100% richtig beantworten. So, und jetzt werden wir das Ganze hier einmal starten. Das heißt, hier die Verifizierung beginnt. So, für die Verifizierung müssen wir nochmal einen Verifizierungscode zur Sicherheit eingeben. Den bekommen wir wieder per SMS zugeschickt. Dann eben nochmal kurz das Wohnsitzland eingeben und auf Fortfahren klicken. Dann hier nochmal ein paar Informationen angeben. Ist man eine politisch exponierte Person? In den meisten Fällen natürlich nein. Dann besitzt du eine Steueridentifikationsnummer. Da müsst ihr es natürlich selbst wissen, aber ich denke mal, die meisten werden das haben. Dann hier einfach auf Ja klicken. Wenn ihr es eben nicht habt, dann eben auf Nein klicken. Dann eben auswählen, in welchem Land man steuerlich ansässig ist. Dann hier eben, in den meisten Fällen natürlich Deutschland. Dann eben nochmal die Steuer-ID hier eingeben. Und nochmal angeben, ist man aus steuerlichen Gründen in den USA ansässig? Und da auch natürlich Nein, weil die meisten Leute sind natürlich nicht steuerlich in den USA ansässig. Das heißt, hier rauf und dann hier nochmal die Steuernummer eingeben und dann auf Fortfahren klicken. So, nochmal ganz kurz die Info. Was ist überhaupt die Steueridentifikationsnummer? Und zwar, das ist eine Nummer, die eben für die individuelle Steuererkennung eben notwendig ist. Und die wird eben bei der Geburt vergeben und ist ein Leben lang gültig. Wo findet man diese? Das Ganze wurde einem hier eben zugeschickt. Und das Ganze sieht so aus, dass dieser Zettel und hier findet ihr dann eure persönliche Steuer-Identifikationsnummer. Und die müssen wir dann hier einfach bei Naga eingeben. So, dann eben nochmal den Wissensstand eingeben. Und ihr seht auch hier schon, das ist Frage 3 von 29. Das heißt, ich werde mit euch alles Schritt für Schritt durchgehen. Und hier könnt ihr jetzt eingeben, ob ihr schon ein gewisses Wissen habt. Zum Beispiel professionelle Zertifikate oder professionelle Erfahrungen oder ob ihr auch kein Finanzwissen habt. Das ist auch absolut kein Problem, weil ich sage mal so, jeder fängt ja irgendwann an. Wir werden jetzt mal das Beispiel durchgehen als kompletter Anfänger. Ich habe kein Finanzwissen. Das heißt, gehen wir jetzt hier mal rauf. Und dann können wir jetzt hier nochmal folgende Sachen eingeben. Und zwar hat man in letzter Zeit schon in Aktien oder ETFs investiert. Ja oder nein. Und hier können wir jetzt zum Beispiel eingeben, okay, dazu zählt zum Beispiel auch, wenn man über die Bank einfach irgendwas gekauft hat oder investiert hat in ETFs oder Aktien. Und dann kann man hier zum Beispiel eingeben, 1 bis 10 Transaktionen, mehr als 1,20. Und ja, das gibt ihr einfach so ein, wie es euch eben passt, beziehungsweise wie es auch der Realität entspricht. Als Beispiel hier 11 bis 20 Transaktionen. Dann geht es weiter. Und zwar, wie oft hast du in Contracts for Difference und andere Produkte im letzten Jahr investiert? Und das ist auch absolut kein Problem, wenn man da keine Handelserfahrung hat. Wir machen jetzt hier einfach mal 1 bis 10 Transaktionen. Dann geht es weiter. Wie häufig hast du im letzten Jahr in Kryptos investiert? Bitcoin und Co. Muss ich denke gar nicht mehr so häufig erklären, beziehungsweise so genau erklären. Die meisten Leute werden wissen, worum es hier geht. Und ja, hier könnt ihr auch wieder zum Beispiel eingeben, keine Handelserfahrung, 1 bis 10 Transaktionen. Das ist überhaupt kein Problem, wenn ihr hier eben Anfänger seid. Das heißt, hier machen wir wieder 11 bis 20 Transaktionen. Dann geht es weiter. Und jetzt geht es schon los mit den ersten Fragen. Und zwar, der Markt bewegt sich um 3%. Der Handel mit welchem Hebel würde zum größten potenziellen Gewinn oder Verlust führen. Und jetzt kommt eben die erste interessante Sache ins Spiel. Und zwar hier ein sogenannter Hebel. Was bedeutet das? Das erkläre ich jetzt nochmal ganz kurz. Und zwar, ich gebe dazu einfach mal ein einfaches Beispiel. Und zwar, wenn wir beispielsweise mit 100 Euro handeln. Das heißt, 100 Euro beispielsweise einzahlen mit einem Hebel von 1 zu 2 wäre es so, als ob wir eben mit dem Zweifachen, das heißt mit dem Doppelt, in diesem Fall 200 Euro handeln würden. Das heißt, wenn wir zum Beispiel eben normalerweise 100 Euro investieren würden und dann der Markt sich beispielsweise um 3% bewegt, hätten wir beispielsweise 3 Euro Gewinn. Im Normalfall aber, wenn wir einen Hebel von 1 zu 2 verwenden, ist es eben so, als hätten wir eben vereinfacht dargestellt mit 200 Euro gehandelt. Und wenn wir dann eine Veränderung beispielsweise von 3% haben, hätten wir dann eben 6 Euro Gewinn statt eben 3 Euro Gewinn. Und dementsprechend ist es auch so, je höher der Hebel, desto höher ist dann eben in diesem Fall dann der Gewinn. Das heißt, in diesem Fall 1 zu 33 ist die korrekte Antwort, weil es eben hier der höchste Hebel ist. Und jetzt geht es eben weiter mit der nächsten Antwort. Und zwar, wenn ein Hebel 1 zu 100 ist, wie hoch ist die benötigte Margin für ein Lot? In diesem Fall 100.000 Euro. So, auch diese Frage ist relativ simpel. Und zwar, ein Lot sind in diesem Fall eben 100.000 Euro. Und ich habe es ja eben schon erklärt, wenn wir jetzt hier einen Hebel von 1 zu 100 haben, bräuchten wir eben hier in diesem Fall 1.000 Euro an Kapital, weil wir eben mit dem Hundertfachen dann eben in diesem Fall handeln würden, wären es dann eben bei einem Hebel von 1 zu 100 1.000 Euro an Kapital bzw. Margin für eben ein Lot. Das heißt, wir wählen jetzt 1.000 aus und dann geht es auch schon weiter mit der nächsten Frage. Und zwar, welche Art von Schließungsauftrag kannst du wählen, um die Verluste beim Trading zu begrenzen? Und das ist auch eine extrem interessante Sache und auch eine sehr wichtige Sache und zwar ein sogenannter Stop-Loss-Auftrag. Und das ist eben folgendes. Und zwar, klar, Trading kann in beide Richtungen gehen. Ins Positive, aber natürlich auch hin und wieder mal ins Negative. Aber da kann man sich eben absichern. Das heißt, wir können hier zum Beispiel einen sogenannten Stop-Loss-Auftrag setzen. Und das bedeutet eben, wenn wir zum Beispiel einen Stop-Loss bei 5% haben, ist es beispielsweise so, wenn eine Aktie zum Beispiel bei 100 Euro steht und sie dann fallen sollte, dann kann sie in diesem Fall nicht tiefer als 95 fallen, weil wir eben einen Stop-Loss gesetzt haben bei 5%. Das heißt, wir können dann, wenn wir zum Beispiel einen Stop-Loss von 5% haben, maximal 5% Verlust machen. Und das kann man eben vorher einstellen. Eine absolut geniale Sache. Das heißt, hier ein Stop-Loss-Auftrag. Der Gegensatz dazu wäre eben ein Take-Profit-Auftrag, wenn wir zum Beispiel automatisch einstellen wollen, okay, wenn die Aktie zum Beispiel am Anfang bei 100 steht, wenn sie dann zum Beispiel bei 105 steht, wollen wir die Aktie automatisch verkaufen, dass wir direkt 5% Gewinn haben. Das wäre dann ein Take-Profit, eben im Gegensatz zum Stop-Loss. Aber für diese Antwort ist natürlich Stop-Loss die richtige Antwort. So, und dann geht es weiter hier mit der nächsten Frage. Und zwar, wie viel musst du bezahlen, um eine Million Euro bzw. US-Dollar über ein Konto mit einem Hebel von 1 zu 50 zu kaufen? Klingt jetzt vielleicht auch wieder ein bisschen kompliziert, ist es aber nicht. Und zwar, hier haben wir wieder den Hebel von 1 zu 50. Das heißt, wir müssen es jetzt einfach nur ganz einfach wieder hier ausrechnen. Und zwar, logischerweise, 20.000 mal 50 sind eben dann eine Million. Warum? Weil wir eben zum Beispiel jetzt, das ist ja einfachste Mathematik, mal 5 wären eben 100.000 und mal 50 dementsprechend dann eine Million. Das heißt, wir müssten hier 20.000 Euro an Kapital haben. Bei einem Hebel von 1 zu 50 würden wir dann dementsprechend mit einer Million Euro handeln. Also auch hier eine einfache Sache, 20.000 auswählen. Und dann geht es auch schon weiter mit der nächsten Frage. So, dann geht es weiter mit der nächsten Frage. Und zwar, der Markt bewegt sich gegen dich und dein Konto hat ein Stop-Out-Level von 50%. In welcher der folgenden Situationen erfolgt ein Stop-Out deines Kontos? Das bedeutet eben, dass einige Positionen automatisch geschlossen werden, damit man eben noch weitere Verluste vermeidet. Das ist eben eine Art Sicherheitsmechanismus. Ein Stop-Out bedeutet eben, dass einige Positionen automatisch geschlossen werden, um eben gewisse weitere Verluste zu vermeiden. Und das ist eben auch eine Art Sicherheitsmechanismus. Und dann folgt eben, wenn das Kontokapital 50% der eingesetzten Marge erreicht. So, da muss man hier einmal seinen Arbeitsstatus angeben. Warum muss man das angeben? Das sind einfach hier die rechtlichen Vorgaben. Da muss ich nahe dran halten. Und das spricht eben auch für die Seriosität. In diesem Fall ist es bei mir eben selbstständig. Wenn ihr angestellt seid, im Ruhestand, arbeitslos, ist es auch natürlich kein Problem. Gebt da einfach die wahrheitsgemäße Antwort. Und dann geht es eben weiter mit der nächsten Frage. In diesem Fall halt selbstständig. Und dann machen wir weiter. Hier muss ich natürlich nochmal die Branche eingeben. In meinem Fall natürlich Marketing. Und dann geht es auch schon weiter. Gebt da einfach ein, was eben für euch passt. Dann hier muss man eben eingeben, woher die Mittel stammen, die man auf Naga investieren will. Wenn man natürlich hier zum Beispiel mit 1.000 Euro Startkapital starten möchte, muss man natürlich vorher eingeben, woher das Ganze kommt. Vom Gehalt, von Ersparnissen, Investitionen. In diesem Fall natürlich Gehalt. Und ja, dann geht es weiter. Und zwar, wie hoch ist das jährliche Nettoeinkommen? Das muss man hier eben leider eingeben. Beziehungsweise, das heißt leider, das spricht ja eigentlich auch für die Seriosität dieser Plattform, dass man hier eben alle rechtlichen Bedingungen eben erfüllen muss. Das ist eben in Deutschland Pflicht, dass man das hier angibt. Und ja, in meinem Fall sind es tatsächlich mehr als 500.000. Und ja, soll jetzt hier keine Angeberei sein, aber vielleicht eine kleine Motivation für den einen oder anderen. Ich kann dazu sagen, vor vier Jahren war ich tatsächlich noch Pizza-Fahrer mit unter 400, beziehungsweise mit knapp 450 Euro im Monat. Und jetzt sieht es schon ganz anders aus. In diesem Fall tatsächlich auch über 500.000 Euro an Kapital. Aber natürlich, wenn man auch weniger Kapital ist, ist es auch absolut kein Problem. Und ja, dann geht es weiter. Und zwar hier, dein gesamtes Bargeld und liquide Mittel in deinem Nettovermögen. Das heißt, wie viel man zum Beispiel eben zur Verfügung hat. Ich gebe jetzt mal ein Beispiel, wenn man jetzt sagt, okay, jemand ist Millionär, aber der hat einfach nur eine Wohnung oder einen Wohnblock, der oder eben zum Beispiel ein Haus, welches eine Million Euro wert ist. Dann hat er ja nicht sofort immer eine Million zur Verfügung. Und deswegen muss man hier eben ganz genau angeben, wie viel man von seinem Kapital eben wirklich zur Verfügung hat. Und jetzt in diesem Fall mehr als 50 Prozent. Aber ihr könnt auch angeben, mehr als 10 Prozent, 25 Prozent. Je nachdem, wie es bei euch eben aussieht. Das heißt, hier in meinem Fall mehr als 50 Prozent. Dann geht es weiter, wie viel man hier eben investieren möchte. Und das ist natürlich auch jedem selbst überlassen. In meinem Fall gebe ich jetzt mal für den Anfang weniger als 10.000 an. Das ist ja auch überhaupt kein Problem. Das ist natürlich auf ein Jahr bezogen. Also es kann natürlich auch schon deutlich mehr sein. Beziehungsweise wenn wir jetzt zum Beispiel von 1.000 Euro im Monat ausgehen, was natürlich kein Muss ist, aber als Beispiel, dann wäre man hier zwischen 10.000 bis 20.000. Deswegen geben wir das jetzt einfach mal als Mittelwert quasi hier ein. Wie gesagt, nochmal der Hinweis, man kann hier auch einfach mit einer einmaligen Zahlung eben das Ganze machen. Man muss jetzt nicht zwingend jeden Monat einzahlen. Das ist jedem selbst überlassen. Man kann natürlich auch die Gewinne jederzeit auszahlen lassen oder auch dann einen Teil wieder einzahlen. Das ist alles überhaupt kein Problem. Wir fangen jetzt einfach mal an mit 10.000 bis 20.000. Und dann geht es hier auch schon weiter. Und zwar, wie will man hier starten? Über Banküberweisung, Kreditkarte, E-Wallet. In meinem Fall natürlich Banküberweisung. Es gibt natürlich auch die Option über Paypal. Aber wir wählen jetzt einfach mal Banküberweisung aus. Und ja, dann geht es auch schon weiter. Und zwar hier, in welchem Bereich möchte man hier traden, Währungen, Anleihen, ETFs. Und hier kann man auch mehreres auswählen. Das heißt hier zum Beispiel Aktien, Währungen, Kriptowährungen, auch wenn es natürlich kein Muss ist. Und vielleicht auch Rohstoffe. Das ist natürlich jedem selbst überlassen. Wir können jetzt einfach mal alles auswählen hier und dann auf Fortfahren klicken. Dann geht es weiter. Und zwar, welche der folgenden Items beschreibt am besten dein Trading-Ziel? Und jetzt nicht erschrecken, das sind jetzt natürlich hier eben die Begriffe. Zum Beispiel Hedging oder spekulatives Trading wird wahrscheinlich für die meisten am Anfang keine Option sein. Ich denke mal, die meisten wollen einfach nur ein zusätzliches Einkommen haben. Und deswegen wählen wir das Ganze jetzt aus. Dann geht es weiter. Wie lange planst du deine Position offen zu halten? Das sind jetzt eher solche Fragen für wirklich aktive Trader. Aber die meisten von euch werden natürlich Copy-Trading machen wollen. Das heißt Kopierer werden wollen. Und dementsprechend ist das jetzt gar nicht unbedingt so relevant für euch, wenn ihr jetzt eben Kopierer werden wollt. Und ja, hier können wir jetzt einfach mal weniger als eine Woche auswählen. Und dann geht es weiter mit der nächsten Frage. Und zwar bitte gib an, welches Risikovolatilität du im Gegenzug für den erwarteten Gewinn aus deinen jährlichen Investitionen bei uns in Kauf nehmen würdest. Das heißt, hier muss man einfach nochmal eingeben, okay, zum Beispiel wenn ich potenziell 20% Gewinn haben möchte, dann habe ich auch beispielsweise einen potenziellen Verlust von 12% und so weiter und so fort. Das heißt, man kennt natürlich diesen Spruch High Risk, High Reward, obwohl bei mir ist es natürlich im Profil so. Das hatte ich ja vorhin auch schon gesagt. Ich habe mich darauf spezialisiert, ein extrem geringes Risiko mit aktuell auch dem Risiko Level 2 zu haben. Das heißt, ich bin aktuell der von den Top 10 Tradern der Trader mit dem geringsten Risiko von allen. Und ja, lustigerweise aktuell ja auch, habt ihr im Video gesehen, mit dem höchsten Gewinn pro Monat. Also aktuell bin ich da sehr, sehr zufrieden. Das heißt, hier können wir jetzt beispielsweise mal Folgendes eingeben. Gewinn 20%, möglicher Verlust 12% als einfaches Beispiel hier der Mittelwert. Dann geht es weiter und zwar hier natürlich nochmal einfach den Namen nochmal eingeben. In diesem Fall hier, Leon, nicht Kran Neu, sondern Kramer, aber ich habe jetzt hier mal einen Testaccount erstellt. Und dann eben nochmal eingeben, Geschlecht und Name und dann hier auf Fortfahren klicken. So, dann muss man hier nochmal Angaben zur Adresse machen, in diesem Fall als Beispiel Berlin. Dann gibt man hier die Währung für sein Handelskonto an, in diesem Fall natürlich Euro. Und dann geht es auch schon weiter und zwar hier muss man einmal die Personalausweisnummer eingeben. Welche Nummer das ist, das zeige ich euch jetzt. Und zwar mit der Personalausweisnummer ist diese Nummer hier oben rechts gemeint. Die muss man dann einfach dort angeben. Kann man jetzt hier direkt eingeben oder eben auch nochmal kurzzeitig überspringen. Dann geht es weiter, hier nochmal die allgemeinen Geschäftsbedingungen bestätigen, Rechtsdokumente und dann hier auf Übertragen klicken. Und dann geht es auch schon direkt weiter. Und zwar hier haben wir direkt schon das Konto kategorisiert als Fortgeschritten. Das heißt, hier hat man jetzt direkt den vollen Zugriff auf alle Sachen. Das heißt, hier kann man direkt schon mit 2000 Euro starten. Ohne, dass man das Konto verifizieren muss. Man sollte allerdings hier innerhalb der ersten 15 Tage das Konto verifizieren. Das heißt, hier eben mit dem Personalausweis etc. Aber das kann man auch dann später machen. Das heißt, hier kann man jetzt auch direkt schon sein Geld einzahlen, was ich wirklich richtig super finde. Das heißt, hier werden wir jetzt einmal hier raufklicken und hier können wir uns jetzt direkt schon etwas auswählen. Das heißt, hier entweder über Kreditkarte, Überweisung, Paypal oder eben über andere Optionen. Das finde ich wirklich absolut genial und sehr, sehr einfach. Hier bei der Einzahlung verwende ich meistens Paypal, weil man hier eben überhaupt keine Gebühren hat. Das wird von Naga übernommen und bei Kreditkarte natürlich auch. Und man hat hier wirklich in 10 Minuten sein Geld hier und kann dann hier das Ganze ganz einfach einzahlen lassen. So, hier oben können wir jetzt nochmal unser Konto verifizieren, um wirklich voll und ganz durchstarten zu können. Das heißt, hier klicken wir jetzt rauf. Und hier müssen wir jetzt einfach nur unsere Verifizierung eben starten. Das heißt, hier müssen wir jetzt das Ganze nochmal mit dem Ausweis vor die Kamera halten. Das kennt ihr wahrscheinlich von anderen Portalen auch schon. Das heißt, hier nochmal das Ganze eben bestätigen. Und dann kann man hier auch schon starten, indem man hier auf Weiter klickt. Das heißt, hier können wir das Ganze jetzt machen mit dem Perso, mit dem Reisepass etc. Hier natürlich nochmal das Land auswählen. In diesem Fall Deutschland. Und hier jetzt eben mit dem Telefon fortfahren. Oder eben mit dem Handy. Beziehungsweise nicht mit dem Handy, sondern mit dem PC. Aber ich mache es immer mit dem Telefon. So, die Verifizierung ist durch. Das Ganze hat wirklich nur maximal 5 Minuten gedauert. Das heißt, man kann das relativ schnell machen. Und ja, jetzt kann man auch direkt schon starten. Ja, das heißt, wenn ihr dann den Test eben erfolgreich bestanden habt, gebt ihr bei der Suche einfach meinen Namen Leon Kramer zusammengeschrieben ein. Und dann könnt ihr hier entweder den Leon Kramer Hauptaccount oder den Leon Kramer DAX Account kopieren. Und dazu geht ihr dann hier einfach rauf und geht dann hier auf Auto kopieren. Und könnt dann hier das Auto kopieren starten. Beim Leon Kramer Hauptaccount, wie gesagt, mit 100% kopieren. Und beim Leon Kramer DAX Account könnt ihr auch schon mit 50% kopieren. Und dann kann es im Prinzip auch schon losgehen. Und wenn ihr dann ein neuer Kopierer seid, dann schickt mir gerne ein Beweisbild davon zu per Instagram oder per E-Mail. Dann bekommt ihr auch ein kostenloses Geschenk im Wert von über 100 Euro einfach mal gratis. Als kleines Dankeschön für alle Kopierer. Und dann kann es im Prinzip auch schon losgehen. Ihr seht, so schwer ist es gar nicht. Wenn man das einmal verstanden hat, dann läuft das Ganze quasi automatisch. Und dann müsst ihr nichts anderes machen, außer auf euer Margin Level zu achten. Das heißt, darauf zu achten, dass das Margin Level immer bei über 150% liegt. Sollte es unter 150% fallen, müsst ihr nochmal euer Kapital erhöhen. Das heißt, nochmal Geld einzahlen, damit ihr wieder bei über 150% seid. Dann könnt ihr auch langfristig und dauerhaft sehr, sehr gut kopieren. Und hier eben jeden Tag immer die guten Gewinne mitnehmen. Also eine absolut geniale Sache. Und wenn dir dieses Video gefallen hat, natürlich schon mal gerne einen Daumen hoch geben. Und auch gerne einen Kommentar schreiben, weil ihr könnt euch vorstellen, so ein langes Video hier ist sehr viel Arbeit. Ich gebe mir da sehr viel Mühe und ich hoffe, ihr wisst das zu schätzen. Und ja, dann wünsche ich euch ganz viel Spaß und natürlich auch Erfolg dabei. Und ich werde natürlich mein absolut Bestes geben, dass wir hier richtig gute Gewinne in Zukunft machen werden. Ich freue mich da schon extrem drauf. Und ja, dann würde ich mal sagen, meldet euch einfach kostenlos an. Link dazu in der Videobeschreibung. Habe ich ja alles ganz genau erklärt. Und ja, dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, bleibt gesund und tschüss.